Was geht? Blacklight. World of Tanks? Nein, ich bin schon Blacklight. Ich habe versucht, überall die Belohnungen zu passieren. Es geht nicht. Warum war es nicht? Objektiv. Eliminate Hustle Agent. Ich bin gleich. 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 Ich passe auf hier. Ich bin guilty. Was ist das? Da sind... Wo ist er? Wo ist er? Ich habe mich auf dem Kopf, outras ist. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? die herde ist weg weg da hat er helft geht da hat er helft geht hinten draußen so du lach soll ich meinen stärksten zurück holen na jetzt haben wir nicht dass die alle da sind jetzt haben wir es bloß noch nein ich steckte schüsse drücken warte warte du 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 Oh hmmm andere oh blesses b***h 3 2 1 Oh, ich fühle wieder die Jetzt machen wir Raketen direkt Grüß Grüß Vielleicht müssen wir nicht sterben gehen Grüß 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 Dammit Grüß 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 Ich habe mich geholfen. Oh, du bist gegen mich, hei Keine Wischli Gibt's gar nix? Ah, hab dich Ah, bin zweiter Okay Du bist schon Bogen Du bist Bogen Ah, oui Ja, genau Du bist schon atel im Prompt nämlich Du bist schon Du bist schon Du bist schon Du bist schon Ja, neubli Ich hab' den Boss krankiert. Bullshit, nein, ich kill' dir mit dem Dift. What? Du hast 1mm Leben, ist das dein Ernst? Oh, Luch, mein Gott, dein Soft X-D. Es geht. Fress die Granaten und hoffentlich geht's nicht raus. Was ist denn da? Los geht's. Nein, ich vergesse. Ich muss nachlauen. Die Pistolen nehmen uns rein. Sie können uns gegenseitig nicht ausgraben. So gut. Ja. Wir werden noch unten von ihr. Ja. Mir wird's geil, dass du dir die Teile spielst und nicht mehr gehen. So lange da oben sind sie jetzt. Pieck, pieck. Spaß hat er grad gesagt gar nicht. Pieh, Spaß. Du bist. Du bist. Du bist. Du bist. Du bist. Du bist. Wie ist das... Kommher komm, kommher. Du bist zu langweilig mit der Null fliegen! Null fliegen! Hab die Merlin in der Mitte der Kranaten, du Idiot! Ich muss sie so knapp los auf! Die Flüge fliegt Richtung... Richtung Mauer Wo fliegst du auf? Naaah Wo könnte man einen Roboter holen? Ah lol, genau mein Roboter holen Das ist mir jetzt fertig und ich bin zu weitern Platz Oh yeah Ah ah, welches Ah 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 Oh, meine Map Auf die Ah, viel Spaß beim Kläfen, aber schau mal. Der hat mich erwischt. Ah, mein Mitglied ist im Milchteam. Haben wir die Berat? Ja, in der Stadt erwartet es mir, aber gut angegriffen. Nein, ich selber. Robin. Der schläft. Häschen schläft. Der muss aber lange spielen mit dem Charakterer. Ich wünsche ich hätte einen Snapper. Ich brauche einen Snap mit dem Spiel, dann war ich super. Ich glaube jetzt ein schwerer Snapper. Ja. Die macht wohl schon. Oh, die Stelle ist so der. Böse. 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 Böse, Böse. Böse. Böse, Böse. Böse. Oh, der erwischt das Rechte. Was ist denn? Was ist denn? Oh, hei! Puh! Ich muss meinen Weg gesamt ja auch fließen wiederholen Ruf, ruf Ruf, ruf 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 Schießt du durch die Band? Ruf Ruf Ich kann es nicht Ruf Du schießt durch die Band Ruf 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 Nervig, jetzt waren wir mit dem Bogen. Wollen wir da hinten, die Wichse? Da sind die Idioten im Kreifen. Bist du noch nicht? Da oben. Einen habe ich. Andere kostet viel Schmerzen. Das war Stunbarm. Warte mal! Wollen wir zum Fahrzeug. Mit den Mechanzug hol ich mir. Die Machen. Die Machen. Auffang A Geisel haben die gehabt Ich überdicht mich Erfolgreich Die Helle! Die Helle! Die Helle! Die Helle! Die Helle! Die Helle! Ich kriege ihn endlich verloren! Guck, das ist einer von uns, der ist sogar in der Panzerbreite! Nee, ich bin nicht! Ich bin schwach gefürchtet! Ich sehe gar nichts mehr! Wie spielst du jetzt an? Äh, Teamkollegen, hörst du mich an! Ich hab mir gar nicht mehr gekillt mit der Wüste! Und ... Na, diesen Pätschern bist du mit mir nicht! Ich begrüße dann, oder? Wir haben! Ich begrüße dann, Bitsch In 2 minuets till expel Ich bin hier aus, ich bin hier aus Ich bin hier aus, ich bin hier aus Ich bin hier aus, ich bin hier aus Ich bin hier aus Oh ja genau, du holst doch nur meine Rüstung Ich bin hier so deppert wie aus, schau du Ich bin hier aus Super dev ist neben mir Super dev ist neben mir Oh nein, ich hoffe, ich riecht mich jetzt noch. Ich bin tot. Ich weiß nicht, du verlierst die ganze Rüstung vorher noch. Ja du, die Rüstung und vielleicht alles, was du brauchst. Ich weiß gar nicht, was du dabei hast. Deswegen gehen wir nichts hin. Vielleicht mit einer walken. Ja, ich finde, ich will nichts weg. Butchen wird es gut. Aber es ist nicht gut. Aber er wird das nicht weg. Die Rüstung-richtung-richtung ist sehr lustig. Wir machen alles weiter. Ich weiß gar nicht. Ja, es ist wirklich gut. Das ist ein Capture. Du hast den Hähem betracht. Du bist nicht mit der Wumme. Du bist nicht mit der Wumme. Du bist nicht mit der Wunne. Da ist Bluth. Geht mal. Ich! Du! Hahahaha, hier ist es Robin Boah, für eine Punkte ich hätte den Argen gewünscht 30 Sekundenmomente Ah, uns koste beide Granate Die Kildkampo Danke für ein Assist Ich weiß nicht, jetzt ist es zu viel lang Dann nimm Knode B1 Kommt's auf, der wird uns da gefegt Huch und da oben Schuss, dass wir je gegen Call of Duty 2 Schuss 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 Doppelkill, okay Hey Ich bin ein scheiß Jäger, da hat es immer nix gebraucht Das ist jetzt der beste, der beste Jäger Nach den Blut Ich bin ein neues Der beste Das ist das Der beste 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 Was ist das hier? Was ist das hier? Was ist das hier? Was ist das hier? Dabei Das gibt's nicht Da haben wir abgefuchten Du bist recht da Hat dich Das ist ein Violetone Weiß 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 Das ist schon Ah, das sind sie jetzt alle. Das ist der eh die Kuppi. Nein. Nope. So eine Rolle. Peace defense. Ich steckstum auf, ne? Oh. Ja. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? 5-7. Das ist unsichtbar. Wird. Ja, er platziert eine Mine. Eine Angehungsmine. Man, der Typ spielt wie irgendetwas. Ne, wirklich. Ah, ist ja Angst. Jetzt haben die alle drei Noten. Hier wieder einer. Das ist wirklich großartig. Ne. Fuck you. Ich hoffe, ich bin bereit. Ups, der Infel noch. Uuuh. Uuuh. Oh, lebe aah. Wir stürmen aah. Zu lang. Nein, das war ihm nicht zu schnell. Sterben, 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 sterben. Wo? Nein, er hat überlebt. Ich hoffe, er ist irgendwie nicht. So, er hat ihn nicht zufrieden. Wollt die Karte an. Er hat ihn nicht zufrieden. Ich habe dich. Waaah! Du bist schon kärle, alles. Ich werde nur gut ziehen, was du so richtig vorläufig hast. Hä? Du bist oben. Kilometer. Du bist oben. Ich war Han Robot da. Ich habe gewonnen. Wir nehmen morgen die Top 3. Und die 4. Wie müde ist er? Es ist schwierig, dass wir mit dem Map nicht anrunden suchen. Ja. Dann hast du Google Plus. Google Plus. So musst du es ausspecken. Du bist. Du bist. Du bist. Du bist. Ja genau. Du bist. 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 das ist Ich werde mich wirklich nicht mehr verletzen. Ich nehme die von mir, SMG. Nein, nein, nein. Ich werde mich nicht mehr verletzen. Ich werde mich nicht mehr verletzen. Was ist der? Was ist der? Ich bin frei. und beide Spiele verkackt jetzt mache ich gerade eine Pause im Laufe Was ist denn der Teich mit Raketen? Was ist 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 der Teich mit Raketen? Geschafft er Dritter Plot Splitches Die kriegt er für nichts Der hat eine 6 in place Der hat eine 6 in place